Ich hatte ja keine Holen, bitte auch schon. Ne. Auch sehr schön. Du hast dir die Haare gefärbt? Nicht schon lange. Das ist oben war es immer dunkler und das ist wirklich schon was drin. Das ist schon. Okay. Inzwischen. Sorry. Das war aber so, dass ich es inzwischen schon zweimal hatte. Das habe ich bestimmt nochmal gemacht gehabt. Dann hat es geklappt. Das sieht irgendwie aus wie Parkflaschen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ja. 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 Und jetzt kommt die Kaffee ab. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik So, jetzt geht's. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Ja, es gibt ein Tipp, es ist halt, wenn ich die Triebe, die ich jetzt frei habe, mache, dann habe ich auch erst die richtige Frage. Ja, das geht ja noch. Genau, Extensions, wir kleben es da oben drauf. Grün und Pink, was hat man denn gerne? Blau oder Rot-Grün, das passt zur Reinhardtzeit. Kennst du diese Videos, wo... Moment, kann man kurz sagen. Also, geht schon. Da haben sich die Männer mit langen Bärten und dann hier ein bisschen grün, dieses grüne Tammenkister... Oh ja, dein Weihnachtsbogen reinhängt, ganz schlimm, es ging letztes Jahr rum. Da haben die sich echt die Bärte gefärbt und alles in Weihnachtsfarben und dann haben die dann noch Weihnachtsbogen reingehängt und zum Beispiel hier. Die Warte wachsen. Das mag... Das mag... Ja, ja, ja. Lass den Fingernschleife binden, der Scheiße. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Der Scheiße binden, der Scheiße binden, der Scheiße binden. Ich gebe auch ein paar, oder? Okay. Das war's. Das war's. Das war's.